Mein letztes Kunstwerk war ja eine Collage und ich hatte direkt Bock, noch eine zu machen. Aber ich verspreche euch, dieses Mal wird es wilder. Ich hatte nämlich irgendwie Bock, mal so ein Bild zu machen, was richtig Ausstrahlung hat. Eins mit ein bisschen Pep, ein bisschen Fuego. Aber kommen wir erstmal zum Technischen. Ich habe wieder viel mit Acryl gemalt und ich habe auch wieder viel abgepaust, einfach weil es so viel Zeit spart. Ich habe immer so das Gefühl, dass das Schummeln ist. Ich habe das Ganze dann ausgeschnitten und aufgeschnitten und bitte merkt euch mal, wie es jetzt gerade aussieht, weil ich finde, dass sie da auch schon extrem geil ist. Ich habe dann hier und da mit dem Glitzersteinchen noch ein paar Akzente gesagt. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich bin mit dem Endergebnis wieder nicht so richtig zufrieden. Sagt euch, ob ihr es jetzt oder die Version von davor geiler findet.